Ja, in Wien, da gibt es viele gute Leute. Also wir haben viele Freunde da, die haben schon aufgetragen gespielt. Sehr viele Bühnen haben wir dort klar gemacht. Da kommen wir bei E3G und jetzt sind wir hergekommen. Weil es cool ist, ganz einfach irgendwo auf schneller ein Konzert zu starten und keiner weiß wo. Und dann ist man da, wenn man Karten bindet. Die Bühne! Die sage und schreibe. 5000 Menschen hier und das ist Respekt. Sehr geil! Das Herz braucht mehr. Bei den ersten Schritten auf die Bühne natürlich gleich noch mehr. Aber eigentlich, auf dem Singen geht es eigentlich. Sobald man den ersten Ton irgendwie singt, funktioniert es. Und dann ist es so, dass wir mitmachen dürfen bei Hit Radio E3. Und dass endlich auch die E3-Hörer mitkriegen, was die nun dort leid zu tun. Und dann ist sie ein bisschen, dass wir mitmachen können. Die Bühne! Die Bühne! Das Thesee! Die Bühne! Du willst mich nicht so! Du willst mich auch mal! Du bist nicht so! 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 Was war denn so toll? Du hast mich nicht damit gewünscht! Das war die Einwanderung für ihn der ersten Meilen! Das war die Schlimmen, das war die Leute, das war ein bisschen super, genial.